Bruder, Bruder, ich habe einen Kunden, er hat bei mir grünen Stoff bestellt, hier ist grüner Stoff drin, aber ich finde nicht und Polizei ist hier gekommen, ich habe Haftbefel und so. Kannst du bitte halten? Halt bitte, Bruder, bitte, 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 habibi, weil Polizei sucht mich, ich will nicht Seife aufheben und so. Bitte, 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 Bruder, bitte, ja, bitte, halt hier, bitte, bitte, habibi, habibi, bitte, Bruder, bitte nicht, ja, bitte, habibi, ich komme, Bruder, das ist nur ein bisschen grüner Stoff, Digga. Komm, Bruder, alles klar, warte, mein Kunde kommt gleich, mein Läufer, ja? Kollege, Kollege, du siehst so aus, als würdest du ein bisschen grünen Stoff brauchen, hast du Bock auf grünen Stoff? Nein, Bruder, warum, weil ich schwarz bin? Wie? Wie, wie, weil ich schwarz? Nein, nein, du siehst aus, als würdest du Stoff gebraucht, was meinst du? Nur weil ich schwarz bin oder was? Nein, Alter Schwede, Mensch ist Mensch, ich weiß nicht, wie du darauf kommst, Alter, sag ich dir ehrlich, Digga. Hier, ich habe Qualität, hier, grüner, bitte, habibi, gönn dir, Baba, Qualität. Nein, Bruder, bitte, gönn dir, habibi, gönn dir, Baba, Qualität. Bibi, habibi, Albi, bitte, gönn dir, gönn dir, Baba, bitte, habibi.